Hallo Leute, heute mal nur ein ganz kurzes Informationsvideo und zwar für die, die es interessiert, warum es bei mir auf meinem Kanal nicht wie bei den meisten anderen an regelmäßigen Tagen und zu regelmäßigen Zeit Videos gibt. Die Antwort jetzt! Bei vielen oder besser gesagt bei den meisten meiner YouTube-Kollegen ist es so, dass die ihre neuen Videos zum gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit online schalten. Bei mir ist es anders. Das liegt daran, dass YouTube ein Tool zur Verfügung stellt, das zeigt, wann meine Zuschauer besonders aktiv sind. Wir sind hier auf meinem Kanal, ganz klar. Vielleicht gibt es hier zum Beispiel den Sonntag hier. Sehr viele Zuschauer sind zurzeit auf YouTube aktiv. Oder hier unten am Sonntag um 20 Uhr sind sie mal sehr aktiv. Dann sind sie hier am Mittwoch sehr aktiv. Und da das immer unterschiedlich ist, ist das der ganz einfache Grund, warum ich zu unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten online gehe. Das war es auch schon, was ich euch kurz erzählen wollte. Bis zum nächsten Video. Tschüss!